Hallo, wieso lügen narzisstische Persönlichkeiten so häufig und so dreist? Carsten Wack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Ihr geringes Selbstwertgefühl wollen Narzissten durch übertriebene Selbstdarstellung kompensieren. Ihr Drang nach Aufmerksamkeit und Bewunderung ist ausgeprägt und aus dem Ruder gelaufen. Sie erfinden deshalb Geschichten, die sie großartig aussehen lassen sollen. Es kann nur einen geben. Um sich noch besser darzustellen, werten sie andere Menschen ab, machen sie schlecht. Wo kein Haar in der Suppe zu finden ist, inszenieren sie es. Um ihre Ziele zu erreichen, kennen sie beim Lügen keine Hemmung. Sie scheinen ihre eigenen Lügen zu glauben, ja sie im Grunde selbst nicht als solche zu betrachten. Was hat es damit auf sich? Achtung! Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischer Narzissten, sondern im Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung nenne ich Menschen mit deutlichen narzisstischen Tendenzen, ob Frauen oder Männer, an dieser Stelle Narzissten. Narzissten betrachten andere Menschen als Objekte, als Mittel zum Zweck und fühlen sich berechtigt, sie auszubeuten. Lügen ermöglichen es Narzissten, potenziellen Opfern ein falsches Bild von sich zu präsentieren. Ob beruflich, geschäftlich, privat. Den Köder schluckt, bemerkt meist zu spät, was das für Folgen hat. Das Netz zieht sich schnell zusammen. Narzissten wissen, was sie tun müssen, damit ihre Opfer die Fähigkeit verlieren, sichere und angemessene Entscheidungen zu treffen. Sie lassen sich auf die Beziehung ein, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, die auf sie lauert. Sind die Zielpersonen erst einmal eingenommen, fahren Narzissten fort, Lügen raffiniert mit einer Prise Wahrheit zu verweben, um sicherzustellen, dass ihre Zielpersonen weiterhin nach ihren Regeln spielen. Narzissten lügen auch durch Zurückhalten und Selektion von Informationen. Sie lügen als eine Form von Gaslighting, um ihre Kontrolle über Zielpersonen auszubauen, indem sie diese dazu bringen, sich selbstständig zu hinterfragen und an sich zu zweifeln. Sie behaupten oft wiederholt, dass sie ihre Zielpersonen schätzen und sogar lieben. Dabei haben sie wenig bis überhaupt keine Hemmung. Narzissten lügen mühelos und sind sehr überzeugend, weil ihnen die normalen menschlichen Emotionen bzw. Hemmungen fehlen. Sie sind unsensibel und gelangweilt. Es fehlt ihnen an der Bereitschaft, Empathie für andere aufzubringen und sie empfinden weder Scham noch Reue. Diese Gefühlskälte ermöglicht es ihnen auch, mit minimalen Hemmungen zu lügen. Narzissten können Menschen direkt in die Augen schauen, während sie diese schamlos anlügen. Dabei verziehen sie keine Miene, selbst wenn sie mit bohrenden Fragen und Beweisen für vorherige Täuschungen konfrontiert werden. Es ist für sie normal zu lügen, zu leugnen, Ausreden zu erfinden und ihr eigenes Verhalten auf andere zu projizieren. Empathie ist Mittel zum Zweck, ansonsten nur Ballast. Narzissten lügen auch, um andere dazu zu bringen, Mittelhalt mit ihnen zu haben. Sie sind darauf aus, andere zu missbrauchen. Sie nutzen den natürlichen Wunsch vieler Menschen aus, ihren Mitmenschen zu helfen. Sie benutzen Täuschung, manchmal auch ein Funken Wahrheit, um eine Fülle von erfundenen Problemen zu erschaffen. Häufige Mitleidsspielchen sind vorgetäuschte Krankheiten und Verletzungen, Autounfälle und Diebstille. Häufiger leiden sie unter angeblich gemeinen und sogar verrückten Menschen wie Ex-Partnerinnen und Ex-Partnern, also früheren Opfern. Verantwortlich sind stets die anderen. Auf diese Weise wollen sie sich Vorteile verschaffen und von ihrem fiesen Verhalten ablenken. Narzissten können sehr gerissen, durchtrieben und einfallsreich beim Erfinden von Lügen sein. Sie sind manipulativ, hinterlistig und skrupellos, um ihre Opfer zu verunsichern und Beobachter zu beeinflussen. Sie fangen damit an, über sich selbst zu lügen, dann gehen sie dazu über, über ihre Ex, ihre Karriere und ihre Leistung zu lügen. Sie lügen über ihre Gefühle für sie, um sie schnell von sich zu überzeugen und sie an sich zu binden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dann Lügen über sie folgen, sobald sie das Spiel durchschaut haben und verlassen wollen. Auf Lügen angesprochen, sind von Narzissten weitere Lügen zu erwarten. Einsicht ist unwahrscheinlich und es wird oft mit aller Macht eine Entlarvung bekämpft. Je früher sie das hinterlistige Spiel als solches erkennen, desto besser. Informieren sie sich, wie sie Narzissten erkennen und wie sie sich schützen können. Bleiben sie wachsam. Carsten Urwag, Reisebeleiter für Heldinnen und Helden. Gehen sie ihren Weg, passen sie gut auf sich auf.